Meine Damen und Herren, worauf lege ich zurzeit großen Wert als Rentner? Das ist natürlich Kommunalpolitik. Wir haben ja die Wahl am 9. Juni. Beim Kreistag bin ich schon auf der Nominierungsliste. Und dann machen wir noch Gemeinderat Weilerstadt. Habe ich angekündigt, das ist mir ganz wichtig. Und auch die Fristen, Formalitäten, dass die ordentlich ablaufen. Das Programm ist auch wichtig. Was wollen wir? Und welche Personen können das am besten abbilden? Man hat heute ja gehört, wer jetzt die Gruppe im Bundestag meiner Partei leitet und so weiter. Das ist ein Generationswechsel, auch fällig. Ich gehöre zu den Alten mit langen Bärten. Aber ich bin bereit, die Initiativen an jüngere Leute weiterzugeben. Klimaschutz und soziale Gerätigkeit sind meine zwei Hauptthemen geblieben. Friedenspolitik seit frühester Jugend sowieso schon. Und das wollte ich nur noch mal bekräftigen. Und wenn Sie auf die Uhr gucken, da geht der schon um halb neun ins Bett. Ja, ich spiele noch Schach. Ich habe noch einen anderen Rechner, mit dem ich meistens dann Schach spiele, im Bett liegen. Schach ist bei mir auch ein wichtiger Punkt, wenn ich mal so ein bisschen Leerlauf habe. Dann spiele ich halt einen Schach und dann komme ich auf neue Gedanken. Sie auch? Spielen Sie mal Schach. Endlich mal. Endlich mal. Vielen Dank.